Gee, it's strange how sounds can let you down Can't let you down My girl, you've been lovin' Sounds, sounds, sounds Yeah So meine Freunde, jetzt finden Sie da, euer Bubiker. Willkommen bei Watch The Geek, mein Herz. Willkommen zu Eiler für Klaas, meine Freunde. Heute, äh, hier, äh, von TheFreaks990. Ich bin in Scooby-Nebo, schalte-Marsch, ein bisschen Magaziner, weiter, unjustierbar, schaff's, Geeks, Eins, Geis, Extra, Zwei, Zeek, Geert, Extra, Drei, Geert, Extra, Drei, Geert, Sexta, Primär, Granat, Wird Kleber und Sekunde geworfen. Armbrust, Freunde, heute mal Team Deathmatch, Freunde, weil ich hab kein ordentliches Free-For-All gefunden, beziehungsweise ich hab gar kein Free-For-All gefunden, ich hab die Pings hoch und runter gestellt wie ein Hörer, und da steht schon wieder einer, ja, kann der Wunsch mal sein, da, uh. So nicht. Remember, remember, the 5th of September. Ja, ja, so ist das, meine Freunde, äh, ja, ja, komm, brauchst du gar nicht rumchargen, wie so, na, wenn der Wurbiker da ist, dann hast du eh keine Chance, ja. Aber, ist da wer, bitte? Ja. So, erstmal hier runter gucken. Oh, hier unten. Ich wusste es, ja. Ich habe es gerochen, wie, äh, das Arsch, das Arsch, wie das Arsch, äh, dort eine Klima platziert hat, ich aber selber, äh, gar nichts weiter dafür konnte, Freunde. Oh, Gott, da wollte er sich hier, wollte er hier Table-Dance machen, oder was, äh? Ja, oh, oh, ha, hab ich noch geklatscht, Freunde, habt ihr sie sehen, habt ihr sie sehen. Sprayer, ey, Alter, willst du mich verarschen, Sprayer, wenn du da Table-Dance machst, dann kann ich, dann kann ich hier mit meiner Sperrmarschlade rum, äh, sprühen, wie ich will, verstehst du? Und jetzt habe ich sie nämlich auch so geklatscht, ne? Wo denn? Oh, ja. Oh, ne, da hat er mich, Freunde, Freunde, das sieht doch auch gut aus, ja, also, da müssen wir jetzt mal was reißen. Ja. Schöne Klasse übrigens von den Freaks 990, ist hier eigentlich, ist zwar ein bisschen OP alles, was er da reingepackt hat, aber das passt schon, ne? Für Free For All wird es wahrscheinlich genauso gut abgehen, aber, äh, Team Dusty Match muss auch mal sind, Freunde, mal ein bisschen anderer Spielmodus. Naja, hier, komm, Pay-Pay-Pay-En, ich glaub, da krieg ich gleich ja, äh, hier so ein, wie heißt das, bei Battlefield, ich komm jetzt nicht drauf. Ist ja auch scheißegal. Freunde, ich bin zurzeit nur am Battlefield suchten, ne? Es tut mir auch leid, dass ich nicht, äh, dass ich in den letzten zwei Tagen nicht auf alle Kommentare eingegangen bin, eigentlich gar nicht weiter. Ja. Oh Gott. Nein, da tötet er mich. Tut mir auch leid, dass ich da jetzt nicht auf alle Kommentare eingegangen bin, äh, mach ich auf jeden Fall heute Abend, wenn ich wieder zu Hause bin. Oder, beziehungsweise, äh, ich werd's jetzt nach dem Video gleich machen. Na komm, das kannst du nämlich knicken. Oh Gott, da kommt da noch einer rausgechottet, die sind ja nur am Campen. Was denn das für ne Scheiße, die muss man erst mal zerlegen, ja? Komm, komm, los, du. Los, du, lieber. Ja, brauchst du gar nicht mehr an den Kap 40 rumchargen. Oh Gott. Oh Gott, ich hab Angst. Puppe, ich hab Angst. Ah, da kommt nämlich noch ein, Pay-En. Oh, hier ist auch noch mal Party. Oh, da haben wir, da haben wir Drohne, Freunde. Drohne ist immer gut. Drohne hab ich übrigens auch jemand dabei. Mal gucken, was wir da... Oh, Double-Kill, Freunde, haben wir das gesehen. Übel ins Gesicht zerfetzt, ja. Ah, bleibe stehen, Junge. Will ich stößen, muss ja auch schon mal einer Sinn hier, ne? Ah, was macht denn der hier? Haben wir Konterdrohnen, den ganzen Scheiß hier? Ah Gott, ne, ist das dein Ernst, Junge? Weißt du, muss man hier gleich mal drohnen. Oh, Player-Left. Und ja, Konterdrohnen, Drohnen, alles rausfeiern hier, Freunde. Oh, oh. Oh, da ist ja ein Double-Kill gemacht. Mit meinem Gerät, meiner Gerätschaft. Und wir hier von hinten kommen. Oh, da läuft auch lang. Ne. Und wo kommt der denn jetzt? Gar keiner, gar keiner kommt, Freunde. Hey, wo ist denn der hier? Hier ist er. Hallo, Poppikers da? Hast du mich gesehen, mein Freund der Sonne? So, weiter hier im Dreieck springen. Hin und her, hin und her im Dreieck. Da ist, oh, da hat er mich zerlegt. Da hat er mich zerlegt, da wollte er cool sein, ne? Hat's auch geschafft, ne? Der Einstein. So, erst mal da gucken wir. Komma, zeig ich dich. Guckt euch das an, wie sie da rumgammeln, ey. Wie, wie die Letzten. Oh, hier, hier, hier. Guckt euch das. Hallo? Ja, jetzt nicht gerechnet. Nein! Jetzt habe ich die Kleber zerstört und habe ich selbst damit erledigt. So eine Kacke. Aber wir sind wieder erster, Freunde. Wir sind wieder vorne mit dabei, hier. In Team Deathmatch. Ja. Äh. Äh. Also. Wo ist jetzt hier noch einer? Mein Kratz ist aufgestanden hier, ne? Das glaubt der gar nicht. Ich muss das erste Mal mich wieder hier zurück... Sagt's euch! Wo ist hier Party, hä? Warte bitte! Oh, ich dachte, da wäre einer weiter. Ah, ja! Ich kann springen, wie ich will. Ah, ja! Ah, wo ist der nächste? Komm, 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 komm. Ah, wo ist hier noch einer? Bitte! Zeigt euch jetzt hier! Mensch, Freunde! Wo ist denn hier? Mache, 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 mache Eier! Oh, oh! Oh nein! Da kam sie mit dem Executor um die Ecke geschossen hier! Die, die Freunde hier da! Mensch! Der Freunde der Heilsarmee hier! Ah, wieder Kill hier! Da, will der's da hinlegen? In das Boot! Da müssen wir erst einmal zeigen, wo der Hammer hängt, hä? Ja, hier haben du auch hier, mein Freund der Sonne! Ne? Da drüben geht's weiter! Andere Seite! Hier ist weiter Party, hier drüben! Oh, ist das Ding da! Das ist nicht so lauernd! Oh Gott! Um die Ecke geschossen? Ne, anscheinend nicht! Mal drüber gucken! Oh, oh! Von hinten! Das ist nicht so lauernd! Das ist nicht so lauernd, Freunde! Da muss man erst einmal hier weiter gucken! Komm, hier! Da! Da! Bleibe stehen! Ja! Hallo! Nein! Das darf nicht wahr sein! Da hab ich mich echt vertan, Freunde! Das geht so nicht! Wo ist denn der nächste? Komm! Komm! Zeige dich! Ja! Wo bist du? Da war da scharf geschossen, da! Oh! Aber oben ist da noch einer! Oh, Freunde! Jetzt müssen wir uns aber zusammenreißen! Ne? Dass wir hier das noch gewinnen, das Team das Match! Das wäre nämlich von Vorteil! Mal meine Kleber platzieren! Oh, oh! Oh! Wir haben's gewonnen, Freunde! Wir haben's gewonnen, meine Freunde! 2314! Vielen Dank auf jeden Fall, Freaks und DeFreaks99 für deine Klasse! Oder für eure Klasse! Ich weiß es nicht! DeFreaks99 ist anscheinend eigentlich, äh... Sind eigentlich mehrere! Weil, äh, Freaks ist ja Mehrzahl von DeFreek, ne? Und, ähm... Oh, schöner, schöner Sniperkill hier! Und Do Not Enter! Von Juju Hushu! Juju Hushu! Oder so ähnlich! Kann's nicht aussprechen! Joshu! Joshu! Dickey! So! Das war's von Eilaufelklasse! Und damit's alles rein! Ja, neuer Bubiker bis zum nächsten Mal! Pläerleft! hairdquisertансer war! Aufisia auf ruhe Jeppe Tommy Hushu! Und mir geht's ganz drauf! Wuhu- Se 하는 Nachts! Vielen Dank.